Hallo Leute, und ich bin hier gerade bei dem Gasthaus bei der Brücke bei Adfield und er hat eine Quest für uns. Hallo, hallo, schau nur wie viele Geschenke ich einpacken muss. Ich komme gerade aus Jorvik vom Shoppen. Unfassbar, und ich kaufe ja immer mehr. Kannst du mir beim Einpacken helfen? Nimm dir Geschenkpapier und packe die Geschenke dort beim Auto ein. Dann wird alles wieder perfekt. Okay, also wir helfen ihm hier beim Geschenkepacken und bekommen dafür hier zwei Weihnachtsfragmente. So. So, wir haben uns jetzt hier das alles genommen und nehmen jetzt hier das Papier und packen es halt alles ein. Er feng schenkt ja schon ulkige Sachen hier, ne? So Handy und eine Kettensäge und ein Schwan und sogar Dynamit verschenkt er, also verschenkt er hier zu Weihnachten. Also auf die Idee muss man erstmal kommen. So, die Kanone müssen wir auch noch einpacken. Die hätte ich jetzt fast vergessen. So, das sieht doch schon alles super aus. So, Ed. Danke für die Hilfe, Sabrina. Es kann sein, dass ich demnächst wieder Hilfe brauchen werde. Bis dann. So, wir haben hier jetzt eben auch mal wieder zwei Frau Waldnachtsfragmente von ihm bekommen und das war es bis jetzt auch wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal.